Ich gehe in jedes Bundesligastadion und doppeltwerte ich das Essen und das Bier. Danach kommen alle auf eine Rangliste und mal schauen, wer am Ende oben in der Tabelle steht. Heute sind wir in... Nackschuss, fertiger Dip auf, wie im Kino. Krakauer sind's einfach. Ich hab ne kalte Krakauer, krieg die sehr kalt leider. Das beste Brötchen, was ich bisher hatte. Die schmeckt gut, aber sie ist kalt, deswegen leider nur ne 3. Aber die steht auch hier länger an als die Männer. Das ist... Ah, scheiße, lecker. Das ist die dritte und es fühlt sich an wie die sechste. Wir probieren jetzt den Pizzadonut, was sagst du? Very nice. Der einzige Faktor, wenn wir das da ist, ist die Weißweinscholle aufzusaugen. Ist halt extrem 5 von 10. Ich hab noch eine bekommen. Und die sieht echt geil aus. Richtig lecker. Das Essen war lecker, nur leider kalt. Die Stimmung war grandios. Die beste, die ich bisher mitgekriegt habe. Aber wegen dem Essen reicht es leider nur für den sechsten Platz.